Ihr seht jetzt auch den Effekt, dass der Wind hier deutlich besser durchgehen kann, was uns vor Infektionen schützen kann. Das heißt, die Bestände trocknen besser ab. Ganz wichtig ist jetzt, dass das Farnblatt, dieses letzte Blatt, das ist maximal wichtig für den Ertrag. Das macht sozusagen auch den Hauptertrag aus. Dieses Blatt an alle Betriebe, die auch hier mit Flüssigdünger durchfarmen und verätzen sich diesen Teil pro Blatt. Das ist nahezu 1 zu 1 der Verlust an Ertrag.